Die Outlook-Funktion Besprechungseinladung ist super einfach und zeitsparend und weil trotzdem immer noch viele Menschen zu Besprechungen per E-Mail einladen, wollte ich einfach nochmal zeigen, wie man eine Besprechungseinladung startet. Man kann das tun, indem man einfach direkt auf Besprechung klickt. Man kann aber auch eine Besprechungseinladung aus einem Termin erstellen, auch aus einem bereits bestehenden Termin im Kalender. Dazu klickt man einfach in dem Termin auf den Button Teilnehmer einladen. Dann wird ein normaler Termin in eine Besprechungseinladung umgewandelt. Nun muss ich einfach ein paar Felder ausfüllen, zum Beispiel den Titel, Abteilungsmeeting, dann auch noch natürlich das Datum. Ich nehme mal den nächsten Mittwoch und die Uhrzeit, 10 bis 11 Uhr und natürlich auch den Ort. Also in der Regel würde man einen Raum buchen. Ich nehme mal unser Consulting, Besprechungszimmer. Und man sieht, wenn man einen Raum bucht, wird das Zimmer auch gleich als Teilnehmer eingetragen, weil ja auch das Zimmer dann im Ressourcenkalender des Raumes als belegt markiert wird. So, jetzt nehme ich noch einen Teilnehmer dazu. In dem Fall nehme ich mal an mich selber über eine andere Adresse, um zeigen zu können, wie ein Teilnehmer, der eingeladen wird, dann die Einladung bekommt. Man könnte jetzt noch viel weitere Personen hinzufügen. Man könnte auch dann, wenn es mehrere Personen sind, über den Terminplanungsassistenten hier oben im Menü schauen, wo ist ein freies Zeitfenster bei all den Teilnehmern. Das lassen wir jetzt alles mal außen vor. Das soll mal reichen für den Test oder für, ja, einfach um zu zeigen, wie es funktioniert, dass wir einen Teilnehmer einladen. Das heißt, wir haben alles ausgefüllt und klicken auf Senden. Und jetzt werden alle Teilnehmer per E-Mail informiert. Das Besprechungszimmer ist sehr fix, hat bereits bestätigt hier mit angenommen, auch mit dem grünen Haken, dass es noch frei war. Das wurde jetzt gebucht für Mittwoch 10 bis 11 Uhr. Und auch mein anderes Postfach, das wir eingeladen haben, hat eine Einladung erhalten zum Abteilungsmeeting. Hier steht nochmal die Uhrzeit und der Tag. Und jetzt habe ich als Eingeladen noch mehrere Möglichkeiten. Ich kann zusagen oder mit Vorbehalt. Das würde ich hier nicht verwenden. Das ist sehr wenig hilfreich für den, der die organisiert. Oder ich kann es ablehnen oder eine andere Zeit vorschlagen. Im Korn ablehnen und zusagen. Wenn man zusagt, gibt es noch mehrere Möglichkeiten. Man kann auch noch eine Antwort mitschicken oder einfach die Antwort direkt machen oder senden. Das macht man meistens. In dem Fall mache ich es auch so. Ich habe Zeit und gebe jetzt sofort meine Zusage ab, indem ich hier draufklicke. Okay. Das läuft über E-Mails, wird das hin und her geschickt. Und wenn ich jetzt mal zurückgehe, dann habe ich schon als Organisator, in dem Postfach habe ich eingeladen, hier die Zusage bekommen von dem Teilnehmer in dem Fall, zugesagt Abteilungsmeeting und so weiter. In dem Termin, der jetzt auch in meinem Kalender natürlich drin steht, könnte man noch sehen, dann bei der Personenliste, dass dann wer zugesagt hat, wer abgesagt hat und wo noch eine Rückmeldung fehlt. Aber im Korn ist alles wunderbar. Wir haben den Termin eingetragen bei mir und auch in dem anderen Postfach. Und von daher, wenn man auch jetzt was ändern würde, den Raum oder die Uhrzeit oder das Datum oder sogar absagen würde, dann könnte man das auch über die Besprechungseinladung wunderbar an alle Teilnehmer verteilen. Von daher, ich kann Sie nur ermutigen, nutzen Sie diese tolle Funktion Besprechungseinladung, sobald Sie mit mehreren Personen sich irgendwie treffen.